Tanz-Privatstunden zur Persönlichkeitsweiterentwicklung. Welche Vorteile Tanz-Privatstunden für die eigene Persönlichkeitsweiterentwicklung haben können, müssten klar auf der Hand liegen. Hier geht es darum, dass Sie zu Ihrem eigenen Privat-Tanzlehrer kommen, der zu Ihnen nach Hause kommt. Wunderschönen guten Tag Ihnen, seien Sie gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne sage ich es auch Ihnen, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen ihre tänzerischen Ziele erreichen. Hier geht es darum, dass die Persönlichkeitsentwicklungsvorteile auch bei Ihnen wirken. Wenn Sie sich vorstellen können, von mir, dem ADL TV IHK World Dance Consult Gütesiegel, ausgebildeten Privat-Tanzlehrer, tänzerische Begleitung zu holen in Ihr Eigenheim oder an einem anderen Wunschort, dann der große starke Vorschlag an Sie, lassen Sie uns in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder die Nummer 0176 840 44 661.